Willkommen zu einem neuen Part von Crash Bandicoot's Huge Adventure. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, einfach weil ich schon so viele Parts in Reserve hatte, weil ich das Zeug nicht hochgeladen bekommen habe. Und gleich mache ich so einen Fall. Ich wette, da ist jetzt kein Leben mehr drin, oder? Nein, nur noch die Küste. Aber... Wahrscheinlichkeit halber werde ich die mal einsammeln. Also ich finde den Doppelsprung jetzt sehr nützlich. Ach du... Meine... Bitte... Oh, ja klar... Man... Ich habe mir gedacht, da muss ich extrem hoch springen. Ach so, sorry für die schlechte Aufnahmequalität. Ich bin... Also ich bin... Am suchen nach einem neuen Programm. Ich meine, Fraps nimmt ja jetzt nicht gerade die Stimme auf, ne? Oder wie heißt das andere? We Game. Das läuft bei mir überhaupt nass. Das nimmt auch nicht die Stimme auf. Naja... Naja... Diesmal... Ja... Man muss schnell drücken. Ich merke das schon. Man muss schnell hintereinander die... A-Taste drücken, um... Doppelsprung zu machen. Und wieso laufe ich eigentlich die ganze Zeit noch hier? Lang? Und das sind so Dinge, die ich mir schon glaub des Tagesfrager... Ne... Oh, der goldene A-Taste drücken... Na, Akku, Akku... Und jetzt... Scheiße... Egal, was da Kisten lagen... Ich will das eh später mal zu 100 Prozent noch lösen... Uuuh... Ist der eklig... Hier... Ja... Ein neuer... Der mir nicht gefällt... Ja... Sicher... Nicht... Achso... Ich dachte immer wie er schießt... Okay... Nein... Immer jetzt hier... Goga... Akku, Akku... Ja... Ja... Ist klar... Genau in dem Moment... Bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Weg... Ja, ne... Uuuh... Genau... Den... Die... Die... Fischer sieht man gar nicht... Achso... Ich hab den ganzen Weg nur wegen dem Ding gemacht... Dauern Leben... Und... Wieso bin ich jetzt gestorben? Ne... Verdammt... Ja... 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 Ich hab jetzt genau in dem Moment nicht gechlagen... Wird grad der zweite Part hochgeladen... Ja... 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 ich doch aber es gibt noch Spaß ja mir macht Spaß man kann nichts sagen Ja. Anscheinend bin ich zu schlicht dafür. Es gibt nichts für mich zu schlecht. Oh, das waren... Ihr seid jetzt nicht nur gekniesen. Also. Diesmal ganz langsam runter. Ich weiß nicht, wo die Sachen sind. Ein Leben. Ich weiß nicht, wo die Sachen sind. 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 die Karte die sich er kann doch auch nicht nein das geht nicht 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 und ich kann mir nicht vorstellen dass das hier geht auch besonders weil ich so schlaufen und genau da rein springen komm jetzt das geht nur mit 1 diese so das hätte man mir auch noch früher sagen können ich weiß doch nicht aus ähm ja gerade eben ging's doch noch egal auch klar wie es gemacht werden muss Also, der Schwierigkeitsgrad hat sich deutlich erhöht, muss man schon sagen. Ich glaube, ich habe jetzt auch langsam mal genug aufgenommen. Deswegen, bis zum nächsten Part und ciao.